Am 13. Oktober absolvierten die T-Sonderstedt Tempshooters ihr zweites Heimspiel der noch jungen Saison. Gegner an diesem Tag waren die BGA Schassenden Tigers, welche mit einer Statistik von drei Siegen und zwei Nierlangs zum Shooters um anreisten. Den Shooters war im letzten Spiel ein wichtiger Sieg gegen die Rainsburg Twisters gelungen und brachte sie so wieder in die Volksspur zurück. Mit dem Auftreten und dem Willen, dem eine Rainsburg gezeigt hat, wollte man nun unbedingt den nächsten Sieg holen. Am Ende konnte man sich dann vor einer Superkulisse gegen die Tigers mit 87 zu 81 durchsetzen und in der Liga einen wichtigen Schritt machen. Nun kommt für euch noch eine kurze Zusammenfassung des Spiels. Und los geht's! Das war es! Das war's! Sauber die Son-Und card來 hand cere Ich bin태 physisch ge- Sequenzionaler WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 Das war's für heute. 3, 2, 1, go! Ja, 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 ja!